Servus, salve und hallo. In diesem Film geht es sowohl um den DAX, wie üblich am Freitagabend, aber ich packe nach dem DAX auch noch das Gold drauf. Das wurde sich gewünscht. Jetzt verquicke ich das zu einem Film. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das heißt, nach den Scheinen vom DAX kommt das Gold. Das ist der DAX. Ihr seht, ich habe gar nichts eingezeichnet. Überhaupt nichts. Ich will den mal so nackig laufen lassen, wie er läuft. Natürlich ist dieses hier oben, das Alltime High, so um die 19.500, ist ein Widerstand, der sich verbindet nach wie vor mit dem oberen Band. Jetzt hat er aber, das hatte ich am Mittwoch schon gesagt, die 20-Tage-Linie schön als Sprungbrett benutzt. Die war bei 18.930, haben wir die gesehen. Und dann geht er von da aus hoch. Heimlich, still und leise. Der DAX liegt erstaunlich gut. Ich habe auch gesagt, mit Hinblick auf die Wahl am 5. November in Amerika, glaube ich nicht, dass hier allzu viel passieren wird. Ich glaube nicht, dass große Investoren mehr über den Wahlausgang wissen als ihr oder ich. Für mich ist der völlig offen. Die Frage ist halt auch, je nachdem, wer gewinnt oder verliert, was passiert danach in der Ortsamerika. Da habe ich also auch von den ganzen Leuten, die ich in Hotels getroffen habe, also Amerikaner, die befürchten das Allerschlimmste. So nach dem Motto, Trump geht wieder rum und sagt, er wurde betrogen, blablabla, geht alles rum, wenn er verliert. Für mich hat da noch keiner gewonnen. Das wird eine denkbar knappe Geschichte. Deswegen, ich bin im DAX kurzfristig, weil es da gab es neue Diskussionen unter dem letzten YouTube-Film, kurzfristig bin ich hier nicht involviert. Längerfristig, mit Blick auf den März, habe ich Putz 19.300er und 18.400er. Nicht so viel, also überschaubar, weil neulich, als es mal runterging, habe ich dann auch die Hälfte zugemacht. Aber sobald wir hier oben sind, 19.400, 19.450, werde ich auf jeden Fall Putz wieder zukaufen. Aber das ist eine langfristige Geschichte. Da gehe ich mal davon aus, dass ich die, das sind Juni- und Septemberputz, ich gehe mal davon aus, dass ich die wenigstens bis in den März reinhalte. Nur, dass das mal klar ist. Von der technischen Seite her ist das alles hier in Ordnung. Wunderbar, nicht überkauft, kein frisches Signal, aber aus der Mittellinie heraus nach oben geschossen. Nullinie im MACD, nichts zu sehen. 20-Tage-Linie hat gehalten, das ist okay. Und jetzt haben wir momentan nur die beiden Punkte hier so 19.510, da wo das obere Band liegt, 19.513, zur 20-Tage-Linie, die jeden Tag 35 Punkte steigt. Das sind für mich jetzt momentan die Major Points. Sollte die 20-Tage-Linie mit Schlusskurs gebrochen werden, habe ich durchaus Risiko hier runter bis zum unteren Band und da sind wir bei 18.589. Das steigt aber auch an. Ich erwarte nicht viel vom Index selbst. Ich bin nach wie vor viel mehr in den Einzelwerten involviert. Aber da muss man auch relativ schnell sein. Heute habe ich mal 11er am H gekauft, so um die 651 rum. Aber ich habe Lufthansa, die waren dann auch schon wieder ein bisschen höher, habe ich dann auch schon wieder raus. Jetzt überlege ich, ob ich schon hier reingeholt. Also ich bin mehr in Einzelwerten unterwegs, als dass ich das bin im Index. Aber insgesamt habe ich hier einen ziemlich ruhigen Tag. Ich habe euch diese Scheine hier ausgesucht. Hier gibt es jetzt die größeren Hebel, 30, 24, es gibt aber auch die kleineren. Müsst ihr euch mal den Film kurz anhalten oder einen Screenshot machen. Sollten wir es schaffen, über die 19.510 zu gehen und zu bleiben, also wenigstens mal so 30 Punkte drüber, muss ich davon ausgehen, dass wir auch hier in dem Bereich 19.700 gehen. Das ist ja da nicht viel, das ist ja gerade mal ein Prozent. Sollten wir, mal gucken, wofür ich es hier, so einen Shootingstar machen. Das habe ich jetzt hier keinen vorhanden. Sollten wir einen Shootingstar machen, das heißt, wir gehen drüber, wir machen ein neues High und schließen dann unter dem alten High, dem da, dann gehe ich auch davon aus, wir sehen gleich wieder die 20-Tage-Linie. Das ist also alles recht kurzfristige Entscheidungen. Das kann ich anders so gar nicht sagen. Aber das sind für mich die Major Points, die 19.051, 20-Tage-Linie und die 19.513. So, und jetzt gucken wir mal auf das Gold. Das Gold. So, Moment. Ja. Hat er auch wieder einen schönen Schub bekommen. Wie viel ist denn das gestiegen heute? 1,09 Prozent. Ich habe beim Gold nichts Negatives momentan. Was mir auffällt ist, dass diese Bewegung hier, Moment, von hier nach da, und weniger und bis zum Ende, hier. Wir sind gestiegen, hier von der 2473 hoch auf die 2688. Wir haben nur auf das 38er korrigiert. Also grundsätzlich sieht das Gold in Ordnung aus. Da ist keine echte Schwäche. Während dieser kurzfristigen Periode hier hat sich die Technik komplett abgebaut, sieht man hier, und bekommt auf recht tiefem Niveau, viel schöner als der DAX, ein Kaufsignal. Das MACD, morgen noch einen Tag im Plus oder unverändert, wird dann auch wieder weiter steigen. Lang, kurz, kurz. Also ich finde, das sieht okay aus. Ich habe diese Scheine hier rausgesucht, wobei ich den Call mit einem Hebel von 11, also bei 2417, da sind wir hier drunter, den präferiere ich momentan. Der muss aber unbedingt entweder gestoppt werden, hier im 61er bei 2555 und allerspätestens bei 2472. Aber das ist ein okay Call. Der Hebel ist nicht so hoch, ist nicht so reiserhaft. Und ich habe auch einen Put dargestellt, 2809. Da muss ich hier mal, das ist hier oben irgendwo. Weil wenn es das Oldtime herausnimmt, die 2688, dann hat auch das Gold nochmal 4, 5, 6 Prozent. Locker drinne. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dann ist der vielleicht sogar auch zu knapp. Es wird nicht in den Himmel wachsen, aber ich habe kein, nirgendwo ein Verkaufssignal, nichts dergleichen. Muss ich wirklich sagen, das liegt sehr stabil, vielleicht von den äußerlichen Einflüssen irgendwie abhängiger. Das liegt sehr stabil. Da habe ich momentan noch kein Bedürfnis, da irgendwie short zu gehen. So, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.